Hey, lass mal in den Wald gehen! The Forest ist endlich da und, äh, ja, die Musik ist voll laut hier und wir haben noch 16 Tage, 5 Stunden, 47 Minuten und 55 Sekunden bis zur Public Alpha Release Version 0.02. Und weißt du was? Ich quatsch jetzt nicht rum, ich gehe direkt ins Spiel, ich bin so gehypt. Oh mein Gott! Development Alpha Build. Okay, ich, ich, äh, äh, erwarte nicht zu viel, ich bin in der Tat überhaupt gar nicht erwartungsvoll. Los jetzt, los! Ich sitze im Flugzeug. Ach du Schande, was ist denn hier los? Hey, wer bist du denn? Sohn! Gut. Die Grafik, äh, ist okay. Oh. Was ist denn da los? Oh, tschüssi! Ähm. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Alles wird gut. Okay. Eine überraschend weiche Landung. Nein, auf einmal bist du... Tot. Sohn. Was du das, du Arschloch? Lass mein Kind in Frieden. Lass es! Ich kann nichts dagegen machen, denn ich... kann mich nicht bewegen. Ach du Schande, was ist denn das? Okay, warte mal kurz. Ähm, irgendwie sind wir gerade voll dabei, am Rad zu drehen. Moment mal kurz. Options. Kann ich irgendwas noch einstellen hier? Ich habe jetzt auf High gestellt. Das ist ja okay, aber irgendwie... Warte mal. Motion Blur Disabled. Ich mag das nicht so sehr, nein. Und alles andere ist mir egal. Warte mal. Huch. Leck, leck, leck. Geh doch. Och, du kleiner Vogel. Was machst du denn hier? Bist durch die Wand geflogen. Interessant. Eat. Was ist das? Take. Was ist das? Es gibt viel zum Einsammeln. Ähm. Ich nehme einfach mal alles mit. Oh Gott. Was ist denn mit dir passiert? Oh, ich chill hier hinten so ein bisschen. Gezwei oder dreiteilt. Oh. Okay, was ich noch ändern muss, ist die Sensitivität. Entschuldigung. Das ist, äh, ich bin... Ich weiß. Ich bin nicht sonderlich gut vorbereitet, aber ist egal. Ich bin jetzt einfach in das Spiel reingegangen, völlig überstürzt und habe gesagt, boah, ey, ich will jetzt. Ähm. Das ist natürlich jetzt blöd, dass, ähm, die Säge in dir steckt, beziehungsweise die Axt. Es ist keine Säge. Kann ich die nehmen? Ja. Der Wald. Ich bin ganz auf mich gestellt. Oh nein. Ein Pilz? Kann ich alles aufsammeln? Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Steine und, äh, Elektro-Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einsammle. Das ist verschlossen. Nicht mehr! Oh. Tatsächlich. Wie cool. Steine? Sind das Steine? Ja. Verschlossen. So. Was sagst du dazu? Habe ich ein Inventar? Habe ich eins? Was ist das? Ein Stock. Stick added to backpack. Ihhh. Okay, schauen wir mal rein. Ach du Schande. Inventar. Crafting. Okay. Lern the basics of survival. Press B to open. Bock. Jetzt mal ganz ehrlich. Getting started. Okay. Blueprints to build structures in the wood. Advanced information on crafting combat and medicine. Wie wär's denn mal damit? Oh, na toll. Consider building a shelter. Okay, wir sollten also uns einen Unterschlupf bauen, bevor wir in die unbekannten Weiten hinausziehen. Ein Schalter, eine Unterkunft wird meine Energie wiederherstellen und es kann dazu benutzt werden, um mich zu verstecken vor den Predator. Und ja, ich kann da auch mein Game saven. Größere Unterschlupfer kann man auch benutzen, um Sachen zu lagern. Okay. Click to place. Wir brauchen sechs Stöcker, vier Steine und vier Loks. Also vier Baumstämme. Interessant. Step two. Basics of survival. Feuer ist sehr wichtig. Okay. Okay. Gut. Wir können also Licht machen. Das ist ganz wichtig. Build a fire. Can be used to keep warm. Light up and... Ja, und man kann damit Feinde verschrecken. Das ist toll. Das ist toll. Wir brauchen sieben Blätter und zwei Sticks für eine Fackel. Dritter Schritt. Hier ist ein Beispiel für zwei gleich aussehende Trauben. Eine ist essbar und die andere ist giftig. Okay. Ovale Berries sind... Ha! Da ist irgend so ein Vieh vorbei gekrabbelt. Okay. Ovale Berries sind... Okay, oder? Ähm... Ich weiß nicht. Kann sein. Und Black Berries are not so great. Oder war es... Toxic. Ja, steht ja hier. Toxic. Okay. Black rund. Scheiße. Und so oval ist cool und nicht schwarz. Ähm... Nun gut. Main Index, das war's. Was gibt's noch? Fire. Ist egal. Ich... Weißt du? Ich will nicht nur lesen. Ich will jetzt richtig am Rad drehen. Und diesen Koffer aufbrechen. Gut. Was ist das? Ein Tennisball? Ohohoho. Komm her, Häschen. Gut. Renn davon. Die sind ziemlich zutraulich. Kann ich diese Blume pflücken? Oh, sehr schön. Und was ist das? Ein Riesenfels. Den kann ich nicht mitnehmen. Berries. Die sind doch... Okay, oder? Sind die okay? Ich weiß es nicht. Die sind doch... Die sind nicht schwarz. Ich ess sie mal. Mh, lecker. Mh, noch mehr? Gott, ich hab so'n Spaß. Bärennaschen. Mh, da ist jemand gestorben. Hahaha. Du blöder Penner. Ah. Gut. Das geht so nicht. Ich hab zu viele Steine. Kann ich noch mehr Bären naschen? Oh. Wow. Pilze. Ne, da. Da. Bleib ich mal fern. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir müssen langsam mal unsere Base errichten. Denn ich weiß ja gar nicht, wie spät es jetzt ist. Learn the Basics. Immer noch. Das hab ich doch schon... Hab ich schon gemacht, ja. Alles nichts Neues. Ich möchte irgendwo starten. Ich weiß aber nicht, wo. Ist das das Lufthansa-Symbol? Das gibt's doch gar nicht. Steine. Okay. Can't carry anymore raw fish. Oh. Was bist denn du? Ich hab dich sowas von... ...ausgenommen, abgezogen und eingesteckt. Kein Problem. Was ist denn los? Meine Hand. Oh. Was ist das? Sticks. Okay. Also diese Berries sind unglaublich gut erhalten. Obwohl... Obwohl dieses Wrackteil genau hier gelandet ist. Und offensichtlich alles verbrannt hat, was in seiner Umgebung stand. Außer die Berries und die Pilze und... ...die Blümchen. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Hier ist noch ein Koffer. Ähm. Das war Maschinen-Pistolen-Axt. Interessant. Noch mehr Stöcker. Ich brauch ganz viele Stöcker. Oh, ich kann diesen Koffer wegschieben. Ist das nicht geil? Richtig geile Physics. Okay, pass auf. Ich bin mal mutig und versuche ein... Was steht da? Covered in blood. Wash it off to avoid infection. Ah. Oh. Wo denn? Gibt's hier ein See? Noch mehr davon. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Oh Gott. Ich darf nicht zu weit weglaufen. Da hinten war irgendwas Wässriges. Es sah zumindest so aus. Gehen wir mal da rein. In dieses... ...Gebiet. Oh. Entschuldigung. Ich... Ich bin zu hektisch und zu hastig gerannt. Da muss er gleich mal ein bisschen durchschnaufen. Oh ne. Nicht wieder solche Blumen. Ah. Mia Smarter. Willkommen zurück. Hm. Jahre später und doch immer noch genauso toll. Noch ein Koffer. Okay. Ich weiß nicht... Wo wir uns waschen können. Wo können wir uns waschen? Was ist das denn? Das ist nicht cool. Das ist irgendwas... ...das mich abschreckt. Und hier sind... ...Dinge. Totenschädel im Sack. Aha. Mhm. Ja. Ich denke, ich nähere mich... ...ähm... ...dem Gebiet, in das ich gehen sollte. Unbedingt. Mehr Totenschädel. Ganz viele Warnsignale. Und hier hinten... ...ist es sogar noch ein bisschen blau angemalt. Oh Gott. Wo ist denn jetzt hier was... ...Wässriges? Irgendwas Flüssiges? Ich will mich waschen. Ich will mich waschen. Oh, nee. Gott, das ist ja wahnsinnig toll. Ich... ...ich liebe es. Ich bin gern im Wald... ...und ich möchte gern mehr sehen... ...und ich hab ne Axt. Und ich möchte auch einen Baum fällen. Kann ich einen Baum fällen? Sag mal. Guck mal. Ich kann einen verdammten Baum fällen. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Hoffentlich fällt der Baum nicht auf meinen Kopf. Fall um! Der fällt nicht um. Hallo? Geht der mal kaputt? Ich bin... ...nicht sonderlich gut im... ...Holzhacken. Wie es aussieht. Nun komm schon! Okay, das geht nicht. Wahrscheinlich müssten wir... ...länger draufhacken. Aber ich hab nicht die Zeit. Ich will möglichst viel zeigen. Und hier ist ein Cliff. Ein Abhang. ...der zum Strand führt. Ach du Schande. Was? Wenn wir noch ein bisschen weiter geflogen wären... ...wären wir sowas von ertrunken. Das kannst du mal annehmen. Aber auf der anderen Seite ist da unten halt Wasser. Vielleicht sollte ich mich nach unten vor... ...kämpfen. Und dort mal schauen... ...ob ich mich waschen kann. Mit Salzwasser. Aber ich vertraue diesem... ...Abhang hier nicht. Der ist doch ziemlich steil. Und da hinten sieht man nichts. Ha! Okay, wie spät ist es? Habe ich eine Uhr? Boah! Ne. Keine Ahnung. Wie denn? Hallo? C? Ne. X? Ne. Y? Nö. Ist ja klar. Sowas gibt es hier nicht. Nun gut. Okay. Kann ich denn einfach mal... ...so aus Spaß... ...hier nebenan ein Zelt hinpflanzen? Genau hier. Ich glaube... ...das kann ich nicht, denn... ...ich habe ja auch noch keine Holzstämme. Ich meine Baumstämme. Natürlich. Keine Holzstämme. Versuchen wir es nochmal mit diesem Baum. Okay, nochmal. Sieht gut aus. Weiter. Weiter. Ja! Ja, diesmal. Diesmal funktioniert es. Komm schon. Man muss immer wieder neu draufklicken und dann... ...immer durchziehen. Immer durchziehen. Irgendwann... ...kippt das Ding um. Baum fällt in diese Richtung. Gut. Und schon schade ich dem Wald. Interessant. Mitnehmen. Eins. Drop. Ach du Schande. Okay. Äh. Drop. Die kann ich nicht einstecken. Und wie geil ist das denn bitte? Die sind einfach mal zu groß. Gott. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Dann bauen wir unser Zelt direkt hier... ...haha. Hier hin. Okay. Geht das? Guck mal her, du. Drop, drop, drop. Und drop. So, ich hab drei Baumstämme. Roll mal da hin. Gut. Gut gemacht. Und jetzt... Ähm... Wie baut man? Click to place. E. Huch. Ah. Okay. Ich verstehe. Und so macht man das dann. Wie soll ich das denn jetzt? E. 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 Okay. Wir brauchen noch ein Baumstamm. Beziehungsweise... ...mehr Baumstämme. Oh Gott. Acht Stück? Hallo. Komm mal her, du. Gut gemacht. E. Ich brauch noch mehr davon. Wo lagen die Teile jetzt? Ich... ...bin völlig raus. Okay, warte mal. Ein Stick. Okay. Jetzt brauchen wir noch acht Baumstämme. Das ist doch wirklich ein Witz. Dann fälle ich mal die Bäume hier in der Nähe. Oh Gott. Jetzt habe ich diesen kleinen Baum vernichtet. Ja, ich hack gerne mal auf diesen Baum ein. Das ist kein Problem für mich, denn ich bin bestens dabei. Und ich habe keine Schmerzen. Und bin ich abgewaschen? Ja, sieht so aus. Gut gemacht. Regen. Gut gemacht. Okay. Oh mein Gott. Wachsen die Bäume nach? Das würde mich mal interessieren. So. Rein mit dir. Rein mit dir. Und rein mit dir. Nicht wegrollen. Du musst hier als Dach fungieren. Gut gemacht. So. Und jetzt brauchen wir noch zwei. Zwei, zwei, zwei. Wo war der Baum? Ach, guck mal da hinten. Was ist denn da passiert? Wahrscheinlich ist das nicht die beste Stelle für ein Lager, aber ist mir doch egal. Ich will einfach nur schnell mal eine Hütte bauen und mein Game saven. Wo habe ich denn vorhin drauf gehackt? Ganz ehrlich. Welcher Baum war das? Ich will ihn fertig hacken. Ja, ich will ihn fertig hacken. Keine Ahnung. Da hinten liegt noch was, oder? Ja, ein Baumstamm. Und damit ist unsere Hütte auch fertig. Shelter. Sleep here to fill energy and save game. Okay. Home Icon. Wie sehen wir dieses Home Icon? Sag mal. Ah. Okay. Sehen wir das von überall? Warte mal. Wenn ich jetzt hier hin renne, ist hier ein Seesternchen. Das ist doch unglaublich. Okay. Okay, wir sehen dieses Symbol überall. Das ist doch. Supi. Was ist das? Ein Stein. Low energy. Eat something. Ein paar Bärchen zum Beispiel. Die sind ja nicht giftig. Gut. Interessant. Kann ich jetzt hier irgendwie reinklettern und sagen, ja, ich habe Bock zu schlafen? Wie geht denn das? Warte mal. B? Das ist das Fireplace. Okay. Ein Fireplace. Den bauen wir direkt mal nebenan. hin, 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 hier hin. Direkt neben das Gras. So, und wir brauchen noch einen Zweig. Okay. Zweige liegen hier überall rum. Das ist kein Problem. Fertig. Anzünden. Ach, ich habe ein Feuerzeug. Das war's. Das war's. Jetzt wird mir schön warm. Nicht wahr, du kleiner Vogel? Du kleiner Arsch! Gott, ich mag dich. Huch. Ich zerstöre alles. In meiner Umgebung. Ach, mit Z kann man schlafen. Äh, scheiße. Es ist dunkel und gruselig. Ich will hier nicht sein. Ich habe Angst. Ich will, dass es Tag wird. Kann ich nochmal schlafen? Nein? Doch. Ha, es ist noch dunkler. Nee, gar nicht. Es ist jetzt wahrscheinlich früh am Morgen. Okay, das ist cool. Und ich denke, diese Zeit nehmen wir jetzt einfach mal hin und machen einen Cut. Dann geht es in der nächsten Episode weiter und wir schauen uns mal um, was wir hier noch so machen können. Du Arschloch! Arschloch! Oh. Oh nein. Oh nein. Ich kann mich hinhocken übrigens. Ich bin ein fieses Arschloch und, äh, das war The Forest Episode 1. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!